Ich habe wahnsinnig viel geschlafen heute schon. Ich habe die ganze Nacht durchgepennt. Das war ziemlich gut. Dann habe ich heute Nachmittag nochmal gepennt. Und ich glaube, ich werde mich jetzt nochmal vor dem Abendessen ein bisschen hinlegen und mich dann nach dem Abendessen wieder hinzulegen. Wahnsinnig stressig dieser Touralltag. Das nimmt wieder Ausmaße an, wie ich gut tun. Oh Gott, ich kotze noch. Ich finde, das ist schon eine ganz schön große Parallelwelt hier. Wenn man jetzt so das Normale vergleicht. Da sind so Sachen, die jetzt im Umfeld passieren, gar nicht mehr so wichtig, finde ich. Man ist ja so eine U-Boot-Gesellschaft mit allen, die dabei sind. Also auch nicht nur die zehn Leute, die auf der Bühne stehen, sondern die ganze Crew, mit der man da unterwegs ist. Das ist halt schon, das ist was Außergewöhnliches, was einen schon sehr zusammenschweißt, dass man so viel Zeit miteinander verbringt. Immer in so, man ist ja ständig in so Sondersituationen unterwegs irgendwie. Wenn du mit dem Bus liegen bleibst und mitten auf der Autobahn stehst und dann aussteigen musst, weiß nicht was los ist um fünf Uhr morgens. Und dann siehst du irgendwie, wie ein Geisterfahrer auf dich zurauscht und drei Meter vorm Bus stehen bleibt. Das ist schon eher so, aha, was passiert jetzt gerade? Und wir fangen dann erst mal zu singen an auf der Autobahn, weil es halt gerade Party ist und nicht irgendwie, weil man es nicht checkt eigentlich, was gerade los ist. Klar, es gibt viel Alltag, aber es ist auch irgendwie alles immer eine Ausnahme. Und wenn dann mal wirklich Dinge passieren, die unvorhersehbar sind, zum Beispiel, man kriegt das nicht so hin, wie man es geplant hat und es passieren irgendwelche Unfälle oder man hat Probleme, die man nicht einfach so übergehen kann oder so. Also, dann erlebt man teilweise da halt so krasse Sachen zusammen, die einen so zusammenschweißen. Und wenn dann alle an einem Strang ziehen und so wirklich so viele Personen dabei sind, dann, also ich lerne das da halt richtig krass lieben. Der Bus konnte nicht rechtzeitig ankommen und dann mussten wir in Notfall planen, praktisch alle mit allem, was sie tragen konnten, in den Zug rein, dass wir noch rechtzeitig zum Festival kommen und spielen können. Ja, wir sind jetzt mittlerweile im ICE von Plattling nach Wien und kommen anscheinend tatsächlich doch rechtzeitig noch auf das Donau-Einselfest. Und, ähm, wird alles, alles wird gut in dieser Welt. Und dadurch, dass alle an einem Strang gezogen haben, hat es super geklappt. Und die Jungs haben eine Supershow abgeliefert am Abend. Das finde ich eigentlich immer ganz schön, wenn, 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 wenn Konzentration gefordert ist, ist sie auch immer da, so, von allem. Ich bin der Bond. Ich habe sie erwartet. Da komme ich nicht wieder drauf. Wenn das Scheiße passiert unterwegs auf Tour und wir das aber meistern, dann habe ich danach immer das Gefühl so, okay, wenn irgendwann die Welt untergeht und wir müssen alle irgendwie, äh, uns so durchschlagen, und dann weiß ich, mit welchem Team ich das machen werde. Auf jeden Fall. Man ist so erprobt in Stresssituationen zusammen. Man kommt sich da manchmal vor wie so ein richtig cooles SWAT-Team. Jeder hat seine Aufgabe, bam, 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 jetzt wird geregelt. Und dann geht aber dabei der Humor nicht verloren. Also man hat halt trotzdem noch irrsinnig viel Spaß und es wird irrsinnig kindischer Quatsch gemacht, aber man kann auf einem ganz hohen Niveau trotzdem noch abliefern. Und das fühlt sich halt wirklich geil an, dass man in der Lage ist, viel Scheiße zusammenzubauen und Quatsch zu machen, aber dass wir so ein Organismus geworden sind, der halt, der funktioniert als Ganzes. Da ist dann das Individuum alleine gar nicht mehr so wichtig. Aber es ist völlig klar, dass wir das schaffen, am Ende des Tages dieses Monster auf die Bühne zu stellen und das abzuliefern, was wir halt machen wollen. Man wird durchlässiger, weil man lernt sich ja nun auf eine Art und Weise kennen, wie man sich im Großraumbüro zum Beispiel nie kennenlernen würde. Und gerade wenn man in so ein Schiff hier eingesperrt ist, dann ist es so, dass jeder ein Stück von seinem Ego abgeben muss, damit das reibungslos funktioniert. Und das weiß inzwischen jeder, wo es da Einschränkungen gibt, dass man halt einfach quasi keine Privatsphäre hat, dass es eng zugeht. Das kennt man inzwischen. Und das ist, glaube ich, wie in einer gut funktionierenden Beziehung. Man muss nicht immer alles hören und man muss auch nicht immer auf alles reagieren. Und wenn da einer jetzt irgendwie die Scheiße gepennt hat und hat irgendwie einen Scheißtag, dann lässt man ihn halt in Ruhe. Es gibt ja zum Glück noch genug andere in der Band, mit denen man sich unterhalten kann. Es ist halt auch ein Sozialexperiment. Schlussendlich haben wir seit Jahren jeder so zehn, zwölf Zahl wachsend Spiegel um sich rum und kann da ganz schön für sich was draus ziehen, wenn man Bock hat. Also ich habe für mich da einiges draus gezogen und habe mich auch entwickelt entsprechend. Man muss halt einfach jeden Tag woanders und immer unter Leuten, nie alleine. Deshalb, was ich ganz gerne mache, wenn ich Zeit dafür habe auf Tour, ist, dass ich einfach mal eine Stunde allein durch die Stadt spazieren gehe oder irgendwo einen Kaffee trinken gehe oder sowas. Einfach mal ganz kurz nicht so viel Außeninformation zu kriegen. Ja, Mehrmenschen ist für mich auch auf jeden Fall einer der stärksten Songs auf der Platte. Inhaltlich halt ein ganz krasses Thema natürlich, wo sich wahrscheinlich keiner davor wehren konnte, darüber nachzudenken oder irgendwas dazu zu empfinden. Es heißt als stille Wasser tief sein, doch an den tiefsten Stellen sind die Wellen hoch. Und auch bei dem Song ist es so, dass da sehr, sehr viel Gefühl drin steckt. Also mir war es irgendwie wichtiger, so ein Feeling in dem Song unterzubringen zu dem ganzen Ding, als eine Aussage zu treffen, eine politische Aussage oder was weiß ich. Also mir geht es ja mehr um das Allgemeine, um das Menschliche irgendwie in dem Song. Weil das ist ja im Prinzip auch der Kern und der Titel des Songs, Mehrmenschen. Dass wir halt in einer Zeit leben, in der es einfach sehr, sehr unterschiedliche Maßstäbe gibt, mit denen ein Leben oder ein Mensch oder wo er herkommt einfach bemessen wird. Und ja, das ist auf jeden Fall schon immer was gewesen, was mich krass beschäftigt hat, wenn ich sowas erlebt habe. Und gerade jetzt zur Zeit, das ist halt einfach, ja, man sieht es einfach an jeder Ecke. Es gibt solche Menschen und solche Menschen. Und ja, der Begriff Mehrmenschen oder rückwärts gesprochen eben Menschen mehr, war das perfekte Bild dafür. Und bei dem Song ist es auch besonders gut gelungen, finde ich, dass die Komposition, was die Musik macht und der Text einfach extrem gut ineinander greifen und die Musik einfach eine ganz eigene Ebene entwickelt. Und das, was ich im Text sage, nochmal musikalisch einfach beschreibt und untermalt. Also der ganze Schlussteil ist ja hauptsächlich musikalisch umgesetzt. Und ich finde, es ist einfach sehr, sehr gut gelungen, irgendwie so das Gefühl zu beschreiben, was das Meer und die Wellen auslösen, die sich immer weiter aufschaukeln. Und diese ganze Tragik, die da drin steckt, ist auch musikalisch verdammt gut umgesetzt, finde ich. Das war der Gänsehautmoment, als wir das erste Mal auf der Tour mehr Menschen gespielt haben und dann die Leute so still wurden in den Clubs. Das war mega beeindruckend. Und dann war man auch so zu 100.000 Prozent da. Das war geil. Köln war auch cool. Also da haben wir halt mitten in der Stadt gespielt. Und Köln ist ja generell eine relativ offene Stadt, so habe ich immer das Gefühl, wenn wir dort sind. Und dementsprechend war das auch einfach ein richtig cooler Tag. Ich glaube, wir waren in Köln sogar zwei Tage unterwegs. Da hat sich so richtig Stadterobern-mäßig angefühlt. Köln war, glaube ich, für alle der größte Abriss, also im Positiven. Am Ende, am Aachener Weiher, ging es völlig ab. Ich weiß nicht, wie viele Leute da waren, aber es war eine riesen Crowd und hat wahnsinnig Spaß gemacht. Wenn du ein Mensch bist, dann hab ich Liebe für dich, wenn du ein Bier bist, dann hab ich Liebe für dich, wenn du ein Baum bist, dann hab ich Liebe für dich. Ich habe sehr Liebe, Liebe, hey, wenn du ein Getränk bist, dann hab ich Liebe für dich, wenn du ein Bier bist, dann hab ich Liebe für dich, wenn du mit Baum bist. Oh Mann, das wär so großartig, aber wenn du ein Backslammer bist, dann bitte stell dich nicht in das Regal zu den anderen Bieren und tu so, als würdest du dazugehören. Arschloch.